Hi und herzlich willkommen auf Rehers Backwelt. Heute habe ich Schwarzwälder Kirschschnitten für euch und diese werden ganz einfach und ohne viel Aufwand auf dem Blech zubereitet und sind eine leckere Alternative zu der klassischen Schwarzwälder Kirschdorte. Ja, dann fange ich jetzt direkt mit den Zutaten für den Schokoboden an und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Wir benötigen 220 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 200 Gramm Butter, 4 Eier, 30 Gramm Backkakao und 2 Teelöffel Backpulver. Die Butter verrühre ich zuerst mit dem Zucker sowie dem Vanillezucker. Nachdem sich der Zucker komplett aufgelöst hat, gebe ich nach und nach die Eier bei. Sobald sich die Eier mit der Masse verbunden haben, können auch schon die trockenen Zutaten dabei gegeben werden. Dafür vermische ich zuerst das Mehl mit dem Backpulver und den Backkakao und rühre es langsam in die Masse. Und der Schokoboden ist auch schon fertig. Meinen Backrahmen habe ich auf ca. 30 x 25 cm gestellt und in ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech positioniert. Durch den Backrahmen habe ich saubere Kanten und bekomme später die Schnitten besser aus dem Blech. Den Schokoteig verteile ich mit meiner kleinen Winkelpalette in alle Ecken und streiche die Oberfläche schön glatt. Und dann geht es auch schon bei 180 Grad Ober und Unterhitze für ca. 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Die Backzeit ist um. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch den heißen Schokoboden mit Kirschwasser beträufeln. Ich habe jedoch den Alkohol weggelassen. Und nun lasse ich den Schokoboden im Backrahmen komplett auskühlen. Dann geht es jetzt weiter zu den Zutaten für die Kirschlage und dafür brauchen wir 2 Gläser Sauerkirschen komplett mit Kirschsaft, 2 Päckchen Vanillepuddingpulver und 50 Gramm Zucker. Zuerst nehme ich mir 16 Kirschen ab, da ich sie später für die Deko benötige. Dann nehme ich noch etwas Kirschwasser zum Anrühren des Puddings, fülle anschließend die Kirschen mit dem Kirschsaft in einen Topf und stelle es auf die Headplatte, damit die Kirschen schon mal langsam aufkochen können. In der Zwischenzeit röhre ich das Puddingpulver mit dem Zucker und den Kirschsaft an. Nachdem ich es klümpchenfrei verrührt habe und die Kirschen anfangen zu kochen, nehme ich sie von der Kochstelle und gebe vorsichtig den Puddingkirschsaft bei. Unter ständigen Rühren lasse ich die Kirschen dann nochmal aufkochen und sobald sie angedickt sind, nehme ich sie von der Herdplatte, gebe sie noch heiß auf den Schokoboden und verstreiche sie in alle Ecken. So lasse ich das Backblech stehen, bis es keine Wärme mehr abgibt und anschließend gebe ich es in den Kühlschrank und zwar nur so lange bis die Kirschen auskühlen, bei mir waren es ca. 40 Minuten. Nun kommen wir zu den Zutaten für den letzten Schritt und dafür benötigen wir 600 Milliliter kalte Sahne, 2 Päckchen Sahnefest, 1 Päckchen Vanillinzucker und 50 Gramm Schokoraspelzeitbitter. So die Sahne schlage ich mit den Sahnefest und den Vanillinzucker auf. Nachdem die Sahnefest genug ist, nehme ich mir etwa 3-4 Esslöffel davon ab und fülle sie in einen Spritzbeutel, da ich sie später noch benötige. Ja, die restliche Sahne streiche ich nun auf die kalte und festgewordene Kirschlage und damit die Oberfläche schön glatt wird, nehme ich meine Teigkarte zur Hilfe. Die Kleckerei wische ich noch eben sauber und bestreue anschließend die Sahne mit den Schokoraspeln. Jetzt spritze ich mit der übrigen Sahne Tupfer auf die Schnitten, somit könnt ihr portionieren wie viele Stücke ihr haben möchtet. In meinem Fall sind es nun 16 mittelgroße Schnitten. Die Kirschen tupfe ich noch etwas mit Küchenrolle ab, damit sie nicht so viel Saft abgeben und lege sie anschließend auf die Sahne Tupfer. So gebe ich die Schwarzwälder Kirschschnitten für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, entferne dann noch den Backrahmen und dann sind sie auch schon servierbereit. Probiert die Schnitten auf jeden Fall mal aus, sie sind sehr lecker. Und falls ihr noch Rezeptideen für mich habt, besonders für die Weihnachtszeit, schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare. Ich bin immer sehr dankbar über neue Rezeptideen. Ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezeptvideo mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch, tschüss, bis zum nächsten Mal!